Junge! Schwör, ich raste gleich! Enderman, bei mir Hilfe! Da, ich bin tot! Nein! Scheiße, was jetzt? Ich sag dir die Daten! Ja, ich bin irgendwo im Urfall, Alter! Der ist nicht weit weg! Ja, du bist gut! Ach da, hier sind deine Sachen! Enderman! Safety mal! Ja, ich bin jetzt im Urfall, Alter! Nein! Ja! Warte, warte, wir gehen zusammen! Es regnet auch noch! Such mal meinen Namen! Ich bin beim Respawn! Ja, ich bin auch ein bisschen weiter da gerade ausgegangen! In welche Richtung geradeaus? Was? Soll ich verarschen? Guck mal meinen Namen jetzt an! Ja, ich finde den nicht! Zum Glück! Genau deswegen habe ich die Diamant-Tower gesaved! Sag mal, wo du bist, so... Weiß schon x, y und z! Am Wasser! Ja! 100... ... 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 545, 560, 199. Okay, ich bin unterwegs. Hier, hi. Also wie machen wir das jetzt? Die Diamanten habe ich gesafed. Komm mit daher. Ich weiß, wo es lang geht. Ja, das bringt uns jetzt auch so viel. Die sagen waren doch direkt hier. Was wolltest du rum? Das war ein Witz. Witz. Joke. Du darfst lachen. Wo bist du jetzt? Ich habe mich noch wieder aufgelaufen. Hier oben. Du warst doch richtig. Ich komme wieder hoch. Da bei den Kabel. Junge, du gehst genau in eine falsche Richtung. Achtung. Chill doch mal, Mensch. Ach, tu, hier. Ja. Wie es aussieht, als geht. Okay, hier sind die ganzen Sachen. Ja, meins. Ne? Wo ist der Enderman jetzt hin? Der kriegt noch Schelle. Ich habe kein Schwert. Hast du mein Eisenschwert? Ja. Hast du meine Experience? Ja. No. Hast du keine? Gar keine? Nein, gar keine. Ja, dann habe ich deine mit. Ja, fick dich. Ja, egal. Dann lass mal jetzt hier dieses Zeugs wieder suchen. Ich habe keine Fackeln. Ich aber, ich habe alle. Teil mal so auf, irgendwie. Dann, uff, weiß noch, wo lang es war. Ich habe Gobblestone gesetzt. Du musst ja wissen, wo lang. Ja, nö. Es gibt viele Gobblestone in dieser fucking großen Höhle. Ah, da können wir auch noch gleich lang gehen. Da? Waren wir noch arbeiten? Wir müssen hier lang. Wenn du das sagst. Mr. Mr. McGrany. Hier bin ich vorhin schon lang, nur ich habe... Da geht es doch gar nicht weiter. Ja, das war falsch. Das war nur so ein random Gobblestone. Hm, random. Ja, ja. That's how I talk. Talk shit? Oh, das ist eine Spinne. Hinter dir, Spinne. Ja, mich greift sie an, Alter. Ha, normal. Hey, das ist mir wenig viel zu tun. Mich hast du hier gerettet. Hier. Ey, willst du mich verarschen? Wo sind wir hier? Hm? Keine Ahnung, du hast mich... Hier hast du mich abgeholt. Aber... Sag... Jumann, das ist hier der Fall. Nee, der ist... Und keiner weiß wo. Der Partner, die Fusen sieht dir, Mann. Diamonds? Diamonds? Wo sind die Diamonds? Ach, davon. Nee, hier hieß wir doch gerade hoch. Nö. Doch. Nö, hier sind wir richtig. Nicht. Junge, ey. Diamanten sehen wir nie wieder. Ach doch, Alter. Verdammte, schieße. Ich blick grad gar nichts, Alter. Mensch, was musst du dir auch merken? Du bist das Gehirn von uns beiden. Ja, aber ich bin ja nicht mitgegangen. Ja, warte mal. Ich glaub hier irgendwie. Hier sind wir aber noch Eisen. Hier sind Gobbles. Ich bin noch dumm, Alter. Läuft schon wieder im Kreis? Ja, ein bisschen. Ja. Ja, also, ähm. Problem, ne? Komm mit. Wir müssen irgendwo einen Weg finden, der ausgelöst ist. Oh, komm, bist du uns denn? Ich glaub, oh, hauptsache, ich lauf da noch hin. Ja, ich fall einfach runter. Ich falle so Creeper. Bah! Ich falle da einfach richtig rein, ey. Hier irgendwie, oder? Ich blick grad gar nichts, Mann. Wir sind zu durch. Dieser Scheißhöl, Alter. Du hast mich hier abgold, hier unten. Bin ich von oben oder von unten gekommen? Von oben runtergejumpt. Ja? Ja. Du bist so hier, so? So, hallo! Ja, ich hab nur keinen Damage gesehen. Dann bin ich von hier, glaub ich, gekommen. Ja, ich glaub hier. Ja! Komm mit. Ich glaube, ich bin hier richtig. Links oder rechts? Keine Ahnung. Rechts bin ich jetzt. Ja, rechts ist falsch. Ich hab's schon wieder ver... Ach, da! Hi! Tja. Hier, glaub ich. Hier sind aber auch keine Gobblestones, ey. Hier ist es nicht. Das ist falsch. Ey, jetzt hab ich's. Warte eben auf mal... Weiter geht's. Scheiße! Ich mach eben mal... Videosettings. Wird mal auch keine Fackeln so. Muss irgendwo sein, wo schon fackeln sind. Und wo Gobblestones sind. Hm. Oh, läuft schon flüssiger, ja. Ah, warte mal. War 130 irgendwie. Oh, wir ist grad leckt. Weiß noch, die Daten, als ich da war, das war doch 180. Ja, ja, ja. Weiß ich noch. 130, 70. Da müssen wir hier irgendwie, glaub ich. Hier ein Gobblestones. Weiß was, glaub ich, jetzt random da hin. 70. Ähm. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal, warte mal. Warte mal, Junge. Komm mal zurück, man. Vor du weitergehst. Hier ein Creeper. 2 Creeper, 3 Creeper. Weg! Los! Lol! Fick dich! Ja, und du auch noch. Ich hab gleich wieder kein Essen. Ich würd mal sagen, der Creeper ist buggy. Ist so. Jetzt geht's mal. Wah! Ihr wisst, wie das aussah bei dir, im Moment. Mach mal ein Replay-Safe. Ich komm nicht klar. Ich will wissen, wie das aussieht, Alter. Leute, ich hab eben die Grafik hier auf Farce gestellt, nur... Ja, das ist noch ein Creeper, ey. Witzig. Ja, wie kommst du jetzt zu mir? Ja, ich joinet hier. Ja, ich weiß schon, wo lang. Okay, ist gut. Aber bleib da. Ja, ich geh grad noch ein bisschen höher aus der Creeper-Gefahrenzone raus. Hier, bleib ich jetzt. Ja, ich weiß schon, wie das aussah, ohne Witz. Bestimmt voll sick. Ja, Mann, Alter. Guck ich so nach unten, bumm. Ich hab grad getrunken, weg dich. Okay. Wo bist du? Da bist du ja. Warte mal kurz. Könnte sich hören, dass ich von hier gekommen bin? Wo bist du denn? Ach, nee. Nee, nee, kann nicht sein. Ja, ich seh dich. Ich komm zu dir. Wo sind meine Sachen? Ich hab die, ich geb die, warte. Komm weg. Komm nur Schwert, Spitzhacke, Fackeln. Fackeln. Da ist ein Zombie. Ja. Oh, du Pisser. Ich geb die Schäde, dann gehst du wieder. Wah, leck. Was ist hier unten? Hallo? Hallo? Junge, wo bist du hin? Ich bin irgendein Gang langgegangen. In Gang langgegangen, hm? Hier ist Cable Stone. Wo? Wo bist du, Junge? Ah! Ich glaub, ich bin sogar richtig. Junge, ich weiß nicht, wo du bist, Mann. Warte, hier ist ganz skelettend. Es leckt und ich kack hier grad ab. Ich seh den Namen nicht, Alter. Ähm. Achso, hier sind wir. Ach, peinertes Kind bin ich. Ja, ich glaub auch. Und wo du bist, weiß ich nicht. Ah, da. Hier unten. Ich bin über dir. Ach, hier warst du. Da warst du. Ey, hier ist Creeper und vielleicht. Ja, ich weiß. Komm mal her, Junge. Wieso ruckelt das im Moment bei mir? Holzbitte. Nein. Nicht wirklich. Ich weiß, Mann. Meiner doch nicht. Mein Schatzi. Oh, klar, doch. Du scheiß Ding, Alter. Ich gebe die Schild. Ich betroth. Ja. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich weiß, was ich lang muss. Ja, zu mir kommt. Ja. Ja, zum Wasser. Wieso merkt sie sich sowas nicht zum Wasser? Und da war so ein Weg, so. So wasserweg nach unten. Hey. Hä? Scheiße, Mann. Ist das Diamant? Was, Diamant? Nee, es labbslatsli. Ihr lebt alles. Ich kriege gar nicht mal Wasser, Alter. Ja, ich bin tot. Warte auf mich. Alter, wieso sterben wir so instant? Weil wir es können. Ja, warte mal hier auf mich. Ja, vor. Warte mal kurz. Lass mal kurz stehen. Ja. 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 Warte mal. Eine Sekunde Musikkotek. Buddy left your channel. Bis gleich. Ja.